Hier spricht wieder Ostra und ihr seht wieder einmal Technomage und diesmal habe ich mir auch meinen Timer besorgt, deswegen ist es nicht ganz so hampelig wie das letzte Mal, da war ich ein bisschen unsicher, auch weil ich nicht wusste, wie viel Uhr es war und ich will das ja nicht ganz so lange, will ich es auch nicht wieder machen. Die Klingen kann ich wohl nicht benutzen, oder? Ja, nein. Ein Schwert, endlich! Um es zu benutzen, musst du es im Waffenmenü, öffne mit I, auswählen. Bewege den Cursor auf das Waffenfeld, öffne deine Waffenauswahl mit Steuerung, wähle das Schwert mit den Richtungstasten, aus, bestätige mit I. Okay. Ah, ist ja so, mega präzise. I. Und I. Okay, jetzt habe ich eine Klinge, alles klar. Coolo! Da ist da was. Klack, ein Schalter und hier kriege ich einen Dynamite. Das ist doch schon mal viel wert. Tja, den, äh, äh, ähm, den wachentyp hier haben wir ja mal locker weggeschickt, ein bisschen aus Klo, ein bisschen, äh... Ja, was soll ich dazu sagen? Ich meine, ihr wisst ja alle, wenn es mal drückt, dann muss er draußen. Mit dem Riesel und das Öl brennt das wahrscheinlich gerade wie Feuer, aber das soll nicht meine Sorge sein. Das haben wir, das haben wir, das. Wir können uns noch das Ölkändchen besorgen, da müssen wir mal schauen, wie wir mal eben an dem Rumpock, oder wie der heißt, vorbeikommen. An dem myrischen Mann, das machen wir auf jeden Fall jetzt noch und dann schauen wir mal, wo es weitergeht. Und wie weit kann ich denn nach hier? Leer. Ach, ah, ah, okay, ah, ah, oh, 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 oh. Let's a go, let's a go. Was machst du mit meiner Maus da? Oh, meine Maus ist stehen geblieben. Verdammte, verdammte Mist, ich mache es doch wieder mit Tasten. Ich mache es jetzt doch mit Tasten. Du entkommst mir nicht. Niemals. Ich bin doch nicht so dämlich. Bin ich auch wieder nicht, dass ich das jetzt dreimal nicht schaffen würde. Dann lieber doch komplett mit Tasten. Warum bin ich... Und jetzt? Okay. Und auf ein neues. Das ist ein Spiel, das habe ich vor... Wie gesagt, ungefähr zehn Jahren das letzte Mal gefühlt. Und da habe ich das auch geschafft. Warum solltest du es jetzt nicht schaffen? Komm, 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 gib Gas. Wie, du guckst jetzt hier nach. Okay, der ist wieder am Penn. Sehr gut. Ich hau mit der Ökane ab. Sehr, 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 sehr gut. Und weg sind wir. Achso, ich habe noch etwas vergessen, was einzulösen. Und zwar den Dreamer-Kobus. Fällt mir gerade erst an. Yeah. Ja, Konstitution-Fluss. Äh, Maus. Hold your horses, danke schön. Alles klar. So, das haben wir auch. Ein bisschen mehr Leben. Ich dachte, der Dreamer-Kobus gibt uns zwar ein bisschen... Wir hatten Magie, aber... Nein, gut, dann halt nicht. Hallo. Was gibt es denn hier? Glaub mir, nicht mal zehn Pop-Hops würden mich dazu bringen, nochmal in die Mine zu gehen. Ich mache mir wirklich Sorgen wegen Rumtocks langer Abwesenheit. Er ist am Ende seiner Schicht nicht zurückgekommen. Hoffen wir, dass nichts Schlimmes passiert ist. Immerhin ist er ein erfahrener Bergmann. Hoffen allein genügt mir nicht. Ich bleibe nicht länger untätig. Ich gehe jetzt in Tumpus Schenke und versuche, einen Suchtrupp zu organisieren. Du weißt ja dann, wo du mich finden kannst. Okay. Hört sich auf jeden Fall... Ja, wie man zur Seite will. Hört sich auf jeden Fall interessant an. Ich gehe selber mit ihm. Hi. Ich bleibe hier. Falls Rumtock doch noch selbst einen Weg aus der Mine findet. Du solltest die Mine keinesfalls ohne eine richtig gute Waffe betreten. Habe ich. Bis gleich. Okay. Jetzt sind wir wieder in einem Dungeon. Das ist natürlich in der Dunkelheit leuchten die Fackeln in den Weg. Sie entzünden sich in der Dunkelheit automatisch. Du sollst aber immer darauf achten, einige Wäute zu haben. Du kannst sie finden oder bei Händlern kaufen. Ja, so dunkel ist es jetzt hier noch nicht, dass ich eine Fackel brauche. Was war das? Oh! Feuersauer! Feuersalamander. Jetzt fängt es an. Jetzt fängt es an. Hier ist eine Lohre. Auf jeden Fall sind die Schienen. Und da eine Mine ist, würde ich mal sagen, hier fährt eine Lohre. Komm, schießen wir mal auf mich so viel. Ja? Ja? Hm? Noch jemand ohne Fahrschein? Klein Mistviecher. Ah! Ah! Hilfe! Ah! Aua! Ah! Wenn das eure Mine ist, warum haltet ihr die nicht ab? Äh, 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 äh. Ah, fuck! Oh, äh! Lass mich in Ruhe, heftig! Okay, alles klar. Ah, man kann es zu... zu kippen mit Erde. Ah, fuck! Also es ist nicht gerade unbedingt Hampel einfach, aber... Ich werde mal ein Bestes geben. Es gibt keine Schwierigkeitsauswahl am Anfang. Ähm... Irgendwie fehlen hier Hebel. Ah! Okay, wo kommen die her? Keine Ahnung. Muss ich gleich mal gucken. Hm, da kommen wir zum Anfang. Okay, der hält auch die Klappe. Ah, okay, das waren so Lebenskristalle, das, äh, ist gut, dann kriege ich mein Leben wieder. Ich gehe jetzt erstmal nach unten, weil ich finde hier nichts, was mir irgendwie weiterhelfen könnte. Also Fahrstuhl. Wir wissen ja, einfach draufstellen, aktiviert alles. An der Fackel, die brauchen wir hoffentlich nicht, das ist hell genug. Was sind die alles für Viecher in der Mine? Hallo! Kann ja, kann ja noch mal aufräumen, warum gehe ich hier überhaupt alleine rein? Naja, doof seid ihr trotzdem. Genau deswegen. Hallo! Ist da jemand? Oh, das sieht nicht gut aus. Da war doch ein Geräusch. Ist da jemand? Äh, Mel? Ich kann nicht genau sagen, wo das Geräusch herkommt. Hilf mir! Ist da jemand? Kann mich jemand hören? Hallo! Bergmann in Not! Das ist ja jetzt aber wohl gehört, oder nicht, Mel? Ja, hallo! Hey, du! Kannst du mir bitte helfen? Ich komme hier nicht mehr raus. Die Tunnel hinter mir sind eingestürzt. Und ich komme auch nicht über den Abgrund rüber. Ich sitze hier schon seit Tagen fest. Und war... Seit Tagen. Ich werde einen Weg finden, dich dort rauszuholen. Fein. Keine Sorge. Ich werde ruhig bleiben. Aber beeile dich bitte. Äh. Seit Tagen. Und der sagt, oh, der Schicht ist ja nicht zurückgekehrt. Ich dachte, der wäre acht Stunden nicht mehr da, oder so. Ich meine. Gut. Dann wissen wir das auch. Von meinem Kleiner Feuer oder am Anfang. Oh mein Gott. Was war das? Nicht aufgelevelt? Ah, fuck, wo kommt ihr alle her? Ich muss doch irgendwo ein Nest sein. So. Mal eben gucken, was das war. Ich bin nicht aufgelevelt. Okay. Dann gibt es auch keinen Grund, deinem Fenug zu gehen. Was habt ihr schon mal so eine Bergtour gemacht? Jetzt, wo ich mich gerade daran... Wow. Echt beeindruckend. Wow. Was habe ich getan? Außer mal geklickt. Wart ihr schon mal in so einer Mine drin? Zum Beispiel jetzt hier in Bochum oder so. Das ist schon ziemlich cool, wenn man unter Tage mal gucken kann. Das hat schon einiges. Könnte ich das hier sicht... Okay, das heißt, ich habe keinen Dynamit mehr. Ich habe nur eine Stange. Okay. Das ist schon sehr beeindruckend, was man so leisten kann und wie tief man eigentlich gehen kann in die Erde. Ich denke, ich habe immer irgendwann mal gedacht, okay, irgendwann ist dann wirklich Ende. Nicht, dass man runterfällt, aber irgendwann ist es so instabil, dass es dann runterkracht oder was auch immer. Aber man kann da ja so tief gehen, das ist unglaublich. Das ist wirklich unglaublich. Und auch mit was für Maschinen man da runterkam. Und da ist es dünner. Aber da wollen wir... Oh Mann, ey, diese Viecher. Ich sehe nichts. Ist das gut? Nein. Okay, das Schwert ist schon richtig cool, aber warum habe ich denn den Dolch überhaupt noch? Ich meine, der macht ja dann kaum noch Sinn. Mal gucken. Erst mal kriege ich noch eine Erfahrung von. Oh ja, da kriege ich noch eine Erfahrung von, die zu erledigen. Das ist natürlich... Oh, oh, oh. Oh, oh. Aua. Was? Verdammt. Ein Steingolem. Jetzt geht's hier los. Jetzt geht's hier los. Die gibt's natürlich nicht im Bergwerk. Hoffe ich einfach mal. Ja, besser ist wenn du... Wenn du einen Kopf zu machst, blöde Viecher hier, die Blöden. So, das machen wir auf jeden Fall. Darüber kann ich von hier aus nicht. Das heißt, es muss einen anderen Weg geben. Den... Schauen wir uns mal hier unten an. Ich frage mich, ob das auch dampfbetrieben ist, aber wir es ja wohl. Aha. Was gibt es hier? Das ist die Ladestation für die Loren. Wenn ich einen Hebel oder so etwas ähnliches hätte, dann könnte ich den Mechanismus reparieren und die Loren benutzen. Sehr gut. Das ist der Loren heißt das hier. Hier natürlich wahrscheinlich dasselbe. Okay, also ich könnte jetzt die Mienerbeutung mienen. Ich weiß zwar nicht, wofür das Ganze. Aber hier ist das ein Weg. Okay, kriegen wir hin. Das kriegen wir locker hin. Oh, hier müssen wir wieder die Ugas erledigen. Ah, oh, aua. Feuer! Hilfe! Ach, blödes, verdammtes Mist, viel blödes. Das ist natürlich an dieser, äh, von oben natürlich immer sehr gefährlich und spannend, dass man nicht um die Ecken gucken kann. Das ist ja... Ich finde es sehr cool gemacht. Ach du, meine Güte. Steinkohle! Ah, fucking. Ah. Ich glaube, ich nehme mal einen Haltern oder zwei. Hm, diese Mie, der ist gefährlich. Ah, wieso? Wieso gehen Leute hier rein? Wieso tun die sich das an? Ich meine, was ist... Was kann so wertvoll sein, dass man alleine hier rein geht? Jetzt bin ich da wieder rausgekommen, schön. Hier ist nochmal ein Hebelchen. Ähm, ne. War ich hier schon? Doch, ich bin einmal rumgelaufen. Sehr gut. Dann sollte ich mich hier nochmal umsehen. Wegen irgendwas wird es das hier, das App, was hier ja ergeben. Man hat ja wahrscheinlich nicht so viel Zeit, irgendwie so unsinnigen, auf nach Steine mit mir zu werfen. Bitte. Okay, du bist schon mal nicht mehr mein Problem. Ja, ich weiß, ich rampele ein bisschen rum mit der Steuerung, aber ich sehe sonst überhaupt gar nichts. Ich versuche mich damit zurückzuhalten, so gut es geht. Jetzt geht es irgendwie wieder rauf, auf mysteriöse Art und Weise. Sehr schön. Jetzt müssten wir da sein, wo es dann das Studamiet gibt. Jawohl. Kommt ihr Viecher. Gibt Frischfleisch. Au, au, au. Gibt Frischfleisch. Okay. Ist jetzt nicht mehr ganz so. Hier gibt es jetzt nichts mehr, was mir helfen könnte. Hier sind wir auf uns allein gestellt. Aber Mel kann uns ruhig vertrauen. Wir sind geübt, äh, todesmutige. Wir werden davon nicht drauf gehen. Genau. Das habe ich gemeint. Naja. Die Animation war so schön. Ich wollte sie euch nicht noch mal vorenladen. Mann. Jetzt aber. Bisschen Konzentration am Tag legen und dann hat sich das doch hier erledigt. Öpma. Dynamit. Wenn ich jetzt runterfallen würde, wird das Dynamit auch verschwinden. Das heißt, da müsste ich wahrscheinlich nochmal springen. Ist zumindest meine Vermutung. Das werde ich jetzt direkt testen. Nein, wir haben das Dynamit immer noch. Okay, hätte ich einfach direkt springen können. Jetzt haben wir wieder Dynamit. Da müssen wir wahrscheinlich wieder ganz zurück, ähm, das Dynamit auch einsetzen. an der einen oder anderen Stelle. Wir sind schon wieder 13 Minuten dabei und ich habe kaum Zeit dazu gefunden, irgendwas anderes zu sagen. Das war, ah, i, oh, ah, au. Was ist hier los? Und, naja, ihr kennt das ja von mir. Meine Kommentierungsstät ist ja meistens so, dass ich, äh, noch ein bisschen unsicher bin, was es sonst noch so zu sagen gibt. Aber das macht ja nix. Wir sind ja noch jung. Wir können ja noch lernen. Ich weiß zwar noch nicht was. Hier haben wir eine Lore. Und da haben wir auch noch Dynamit. Okay, wie kommen wir denn da hin? Äh, hallo? Ähm. Aha. Und nochmal Dynamit. Wer weiß das schon, wofür ich das brauche? Hier gucken wir uns auf jeden Fall noch um. Dann haben wir nämlich diese Ebene komplett erledigt. Wir brauchen immer noch den... Aua. Wir brauchen immer noch den Hebel. So. Ja. Genau das. Wir brauchen immer noch den Hebel. Für die Maschine. Da vorne. Und die Lore. Okay, ist nichts außer bis zum Leben gewesen. Das ist natürlich sehr, äh, schade. Okay, hier ist also wirklich nichts mehr. Na gut, aber wir haben nochmal Dynamit gekriegt. Jetzt ist die Frage, wir können hier die Lore, ähm, drehen wahrscheinlich. Und dann hier ran schieben. Aber ohne Hebel wird das natürlich, äh, totaler Quatsch und Schwachsinn. Also würde ich sagen, in der nächsten Folge gibt es die, ähm, mit Hebelwirkung geht's dann hier weiter, wollte ich sagen. Da suchen wir mal nach dem Ding. Dann benutzen wir nochmal ein bisschen Dynamit. Also Explosionen, Explosionen in der nächsten Folge. Dankeschön fürs Zusehen. Und, äh, wahrscheinlich Dankeschön fürs Aufregen über meine, äh, sehr läppische Kampfkunst. Mein Sprungstil und meinen Kommentierstil in dieser Folge. Wenn ihr mehr davon sehen wollt trotzdem, dann guckt auf meinem Kanal vorbei. Da gibt's mehr von mir. Sonst, danke fürs Zusehen nochmal und bis zum nächsten Mal. Ciao.